So, und über den ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video soll es mal um ein wirklich gravierendes Problem gehen, was es am Silberanlagemarkt, gerade am Silberanlagemarkt, aber auch am Goldanlagemarkt gibt, was sich jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch wirklich noch ziemlich ausgeweitet hat und was man einfach wirklich, wirklich verstehen muss, wenn man in Silber und Gold investieren möchte, ja, in Form einer physischen Anlage, ja, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zwar geht es da heute um kleine Münzen, beziehungsweise auch Barren. Ja, was es da für Probleme gibt, worauf man explizit achten muss und was man am besten nicht tun sollte, darüber sprechen wir alles im heutigen Video. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns auch nochmal gerade so ein bisschen an, wie es mit den Preisen aussieht und natürlich auch, wie es mit den Sachen aussieht, die ich hier heute mitgebracht habe, womit wir jetzt auch mal anfangen. Ja, da habe ich einmal mitgebracht eine 2017er Drache und Phönix Münze. Wirklich eine sehr, sehr schöne Münze, eine Münze, die ich damals auch unbedingt haben wollte und die sich auch bis heute sehr gut im Wert entwickelt hat. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht großartig beschweren. Als nächstes habe ich mitgebracht eine Einunzen Luna-Jahr-des-Tiers-Münze aus dem Jahre 2020. Auch das eine wirklich sehr, sehr schöne Goldmünze, die unter Umständen im Wert steigen könnte, ja, aber das ist natürlich immer so ein bisschen abzuwarten. Das kommt darauf an, wie dann in Zukunft die Beliebtheit dieser Münze auch speziell ist. Und als nächstes habe ich auch noch mitgebracht einen 1-Gramm-Goldbarren. Schöner, kleiner Barren, erzähle ich aber eben auch noch gleich was zu. Der hat einen bestimmten Grund, dass er hier ist. Genauso wie diese Münze hier. Das ist eine halbe Unze Cook Islands-Münze aus dem Jahre 2015, genau. Und die war Teil des Anlaufexperiments auch und ist es auch noch. Aber wie gesagt, da passiert einfach nicht sonderlich viel. Ja, die sind einfach relativ anlaufresistent, weil Silber ist natürlich letztendlich trotzdem ein Edelmetall. Ja, und als nächstes habe ich auch noch mitgebracht eine 1-Unzen Frazers Dolphin-Münze von der Royal Australian Mint. Wirklich auch eine sehr, sehr schöne Münze. Und auch wie immer von der Royal Australian Mint in sehr gut hochqualitativen Kapseln geliefert, die wirklich auch sehr robust sind. Gut, kurzer Blick auf die Gold- und Silberpreise. Hier an dieser Stelle einmal Silber eingeblendet. Ja, ne, sieht ganz okay aus. Gerade gestern ist es ziemlich doll gestiegen. Wir sind jetzt über 24 Euro, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Also definitiv durchaus solide. Beim Gold, wenn ich euch hier in dieser Stelle ein, sieht es ungefähr ähnlich aus. Auch da sind wir gut gestiegen. Wir sind jetzt wieder so knapp vor 1.900 Euro, glaube ich, so um den Dreh, 1.880 oder sowas. Wirklich auch sehr solide. Kann man sich nicht drüber beschweren. Gut, also, was ist das grundlegende Problem, über das wir heute sprechen wollen? So, da muss man jetzt natürlich erstmal verstehen, wenn man in Silber investieren möchte, dann tut man das natürlich normalerweise, weil man auch ein gutes Investment damit machen möchte. Denke ich jetzt mal so. Würde mich jetzt wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Natürlich gibt es auch noch die Variante, dass man in Silber eher investieren möchte, um sozusagen eine Krisenwährung für sich zu schaffen. Etwas, was man eben in einer Krisensituation als Tauschmittel verwenden kann. Aber auch da gibt es ein bisschen ein Problem, wo wir gleich noch drüber sprechen wollen. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass kleinere Größen immer beliebter sind, weil die eben flexibler sind und weil es nicht sonderlich viel kostet, sie zu erwerben. Ja, ich denke mal, das ist immer so der Hauptpunkt, dass man eben halt nicht sehr viel Geld ausgeben muss, um jetzt zum Beispiel einen 1 Gramm Goldbar zu kaufen oder geschweige denn eine Viertel unseres Silber. Ja, also da braucht man sich gar nicht großartig zu unterhalten. Aber was ist jetzt das große Problem damit, was jetzt auch in den letzten Jahren auch noch wirklich viel schlimmer geworden ist? Das ist das Problem mit den guten alten Aufschlägen. Ja, die kennen wir ja schon, die haben uns ja schon die ganzen letzten Jahre sehr erfreut. Aber man muss wirklich sagen, bei kleineren Größen ist dieses Problem viel gravierender, als das jetzt zum Beispiel bei Einunzenmünzen der Fall ist. Ja, da muss man ganz klar sagen, ist eine problematische Situation. Das ist aber auch nicht bei allen Münzen so. Aber ich werde euch jetzt hier mal ein kurzes Beispiel dazu geben. So, bei den Einunzenmünzen zum Beispiel, ja, blende ich euch hier an dieser Stelle auch mal ein. Da haben wir aktuell die Situation, dass man so um die 25% Aufschlag zahlen muss. Das ist jetzt nicht gerade toll. Das muss man ganz klar so sagen. Aber es ist wesentlich besser, als die Alternative von zum Beispiel 40% Aufschlag, die man auf eine halbe Unze Silber zahlen muss. Feinsilber, ja. Ich habe jetzt noch nichts gesagt von irgendwelchen Legierungen oder sonst irgendwas. Da sprechen wir gleich schon mal drüber. Aber von den Feinsilbermünzen und beziehungsweise auch Barren, ja. Es gibt natürlich auch Silberbarren mit irgendwie 50 Gramm oder 20 Gramm. Ähnliches Problem. Ja, eigentlich sogar noch schlimmer. Aber lassen wir jetzt einmal außen vor. So, das ist so diese Problematik. Eine Viertelunze Silber liegt so zwischen 50 und 70% Aufschlag, ja. Und wenn man aktuell Silbertafelbarren haben möchte, kann man dafür auch durchaus mal 90% Plus Aufschlag zahlen. Und da muss man ganz klar so sagen, egal wofür man das kauft, das ist eine schlechte Investition. Ganz einfach. Muss ich für mich persönlich ganz einfach so sagen. Für mich ist das der Inbegriff einer wirklich schlechten Investition, weil man schon alleine, bevor man überhaupt irgendwelche Kursschwankungen auf sein Investment bekommt, ist man schon 90% im Minus. Weil kein Händler das auch wieder zahlt. Das ist einfach nicht der Fall. Ja, auf die Einunzen Münzen, da wisst ihr, mittlerweile hat sich das so ein bisschen angenähert. Da zahlen jetzt Händler auch schon mal durchaus ein bisschen was von dem Aufschlag wieder zurück. Ja, ich sage jetzt mal so 10-15% vielleicht. Aber das war es auf Feinsilber. Ja, und wenn man dann 40% Aufschlag zahlt, dann ist das das Problem. Und wir reden jetzt nicht von einer Münze mit Sammlerwert oder von einem Barren mit Sammlerwert. Das ist Massenware. Ja, ein halber Unze, ein Viertel Unze oder eben auch diese 100g Tafelbarren, die man aktuell auch, wie gesagt, nur für extreme Aufschläge bekommt. Zumindest da, wo ich jetzt so geguckt habe. Wenn ihr da irgendeine andere Quelle habt, ist ja überhaupt kein Problem, dann kauft es einfach da. Aber nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, ja, 90% Aufschlag. Und das ist Massenware. Das hat keine Auflage, das hat keinen Sammlerwert, das ist einfach nur Massenware. Und da muss man ganz klar sagen, dafür zahlt kein Händler mehr. Ja, da kriegt man 15% Aufschlag wieder, aber das war es dann auch. Und wenn man das jetzt natürlich als Krisenwährung kauft, okay, irgendwie nochmal eine andere Sache, weil man damit natürlich dann keine Wertsteigerung erzielen will. Aber warum kauft man denn dann nicht ein Unzen Münzen? Die sind doch auch nur knapp 30 Euro wert. Wenn es einem wirklich so wichtig ist, dann kann man sich ein Unzen Münzen kaufen und vielleicht einen stabilen Seitenschneider. Dann kann man die zerschnibbeln, wenn man das möchte. Aber dafür dann fast 100% Aufschlag, also fast das Doppelte zu bezahlen, als dieses Produkt wert ist, das macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn, Leute. Also jetzt wirklich, das kann mir doch keiner erzählen, dass das eine sinnvolle Investition wäre. Auch ein sinnvoller Kauf als Krisenwährung ist es nicht. Ist es einfach nicht. Ja, warum ist es das nicht? Na gut, ganz einfach, weil ich das Doppelte, fast das Doppelte, an ein Unzen Münzen kriegen würde für das gleiche Geld. Für das verdammt nochmal gleiche Geld. Also ich weiß nicht, warum man die zu solchen Aufschlägen kauft. Früher waren die eine super Sache. Ja, muss ganz klar so sagen. Als man die so bekommen hat mit Aufschlägen, die ansatzweise in der Nähe von ein Unzen Münzen waren zum Beispiel. Ja, super Sache. Ich habe auch einen Haufen davon. Ja, ich finde die wirklich cool. Ich finde, das ist eine coole Idee und ich finde, das ist ein cooles Konzept. Aber nicht zu dem Preis. Ja, ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. So, und abgesehen davon, das ist das, worauf ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen möchte, wenn ich euch hier in diese Stelle jetzt nochmal ein, Es gibt ja auch noch Junk-Silber. Ja, Silber-Münzen, die wirklich viel kleiner sind als ein Unzen Münzen, wo wesentlich weniger ein Silberwert drin ist, die man aber trotzdem bekommt für so 7% Aufschlag aktuell. Natürlich kauft einem die kein Händler für den Spotpreis ab. Ja, das ist ganz klar. Da kriegst du einen Schmelzpreis für. Der ist jetzt wahrscheinlich aktuell so bei 20 Euro oder so pro Unze Feinsilber. Also, ne. Aber nichtsdestotrotz ist das als Krisenwährung super, weil das auch relativ bekannte Münzen sind normalerweise, die, naja gut, wie gesagt, auch relativ bekannt sind. Hast dich jetzt schon mal wiederholt. Aber, ne, ist wirklich so. Ja, das sind Münzen, die zum Beispiel hier im Land mal Währung waren. Ja, die meisten Leute kennen diese Münzen noch. Und es sind wirklich auch Münzen, die als absolute Massenware geprägt wurden. Ja, in Millionen Stück Auflagen. Und dementsprechend haben die eine gute Bekanntheit. Jetzt hier zum Beispiel. Aber sie sind, wie gesagt, eben auch günstig. Und sind auch noch relativ klein, ja. Ja, zum Beispiel die 5 D-Mark-Stücke. Ich glaube, da sind irgendwie so 6, 7 Gramm Silber drin oder 5. Die kosten nicht viel, ja. Wie gesagt, also das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das wäre eine gute Alternative dafür, das zu kaufen. Aber irgendwie 90% Aufschlag für einen Tafelbarren zu zahlen, äh, sorry, ne. Gut, aber wie sieht es denn jetzt beim Gold aus? Sieht es da genauso schlimm aus? Oder ist es da besser? Viel besser. Ist überhaupt kein Vergleich, ja. Beim Gold kriegt man wirklich schon einen Gramm Barren für 5% Aufschlag. Da muss man ganz klar sagen, wow, das ist echt ziemlich, ziemlich gut. Also, da muss ich wirklich sagen, da wäre ich auch versucht, eher einen Gramm Barren zu kaufen, anstatt irgendwelche größeren Größen, weil der Unterschied ist einfach nicht großartig da, ja. Ich glaube, für eine 1 Unze Feinsilber, ähm, zahlt man aktuell vielleicht 3-4% Aufschlag, ja. Und für dann einen Gramm Barren, 5%, da würde ich auf jeden Fall die Gramm Barren nehmen. Viel, viel, viel flexibler, viel nützlicher in allen möglichen Situationen. Ähm, also, hat nur Vorteile, ja, gegenüber den 1 Unzen Münzen zum Beispiel. Also, das würde ich persönlich zum Beispiel so machen. Aber, ähm, das ist natürlich auch so, dass Gold relativ teuer ist, ja. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass ein 1 Gramm Barren auch jetzt ungefähr so das Doppelte kostet, ähm, wie eine 1 Unzen Silbermünze, ja. Also jetzt nicht wirklich wegen den Aufschlägen, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine vom Spotpreis halt. Und, ähm, da muss man natürlich schon sagen, macht irgendwie Sinn, dass da die Aufschläge auch geringer sind, weil es natürlich auch keine Steuer auf Gold gibt und so weiter und so fort. Aber, ähm, ja, ne, das ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser als irgendwas in der Richtung Silber. Ähm, kann man wirklich überhaupt nicht vergleichen, ja. Also, weiß wirklich nicht, warum das eigentlich so ist, aber ist so. Gut, also, dementsprechend, da gibt es überhaupt kein Problem. Da könnt ihr im Prinzip kaufen, was ihr wollt. Ja, ich glaube auch 100 Gramm oder 50 Gramm Kinebarren, also eben auch die Tafelbarren, äh, gibt es da für 5%, 4-5% Aufschlag, ähm, wo ich wirklich sagen würde, coole Geschichte, das ist was, was man machen kann. Muss man natürlich nicht, ja, gar keine Frage, keine, äh, finanzielle Beratung in irgendeiner Form, aber definitiv etwas, wo ich sagen würde, ist eine coole Geschichte und das würde ich zum Beispiel, ähm, machen. Ja, auf jeden Fall viel eher als 100% Aufschlag auf einen Silberkinebarren zu zahlen. Das macht wirklich einfach keinen Sinn. Wieso sind die aktuell so teuer? Naja, das hat natürlich ein Stück weit was mit den Prägekosten zu tun, weil die Prägekosten gleich bleiben, egal wie groß, ähm, das Stück jetzt tatsächlich ist. Also, für eine Einunze Münze habe ich die gleichen Prägekosten wie für eine Halbe oder eine Viertel oder eine Zehntelunze. Aber, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, so, dass das nicht im Verhältnis dazu steht, ja. Ja, diese Sachen waren ja früher auch mal viel günstiger, ja. Früher hat man ganz bestimmt keine Tafelbarren für 100% Aufschlag kaufen müssen. Also, ich meine, ich hätte für meine vielleicht so, ja, so was ähnliches bezahlt, wie man jetzt für, für Anlagemünzen bezahlt, für Einunzen Münzen, ja. Also, irgendwie so 25, 30%, ähm, nichts in der Nähe von dem, was es heute ist. Warum das heutzutage so ist, das kann ich euch nicht sagen. Muss ich ganz ehrlich so sagen, das weiß ich nicht. Warum das in irgendeiner Form so sein könnte. Äh, vielleicht, weil irgendwie mehr Leute von der Krise ausgehen und das Zeug mehr gefragt ist. Vielleicht das, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch schon länger der Fall ist. Also, glaube ich jetzt eigentlich auch nicht. Ähm, wieso das jetzt der Fall ist, ja. Keine Ahnung. Wieso man nicht einfach Einunzen Münzen oder Drunk Silber kauft, ja. Keine Ahnung. Also, weiß ich wirklich nicht. Das ist wirklich was, das entzieht sich so ein bisschen meiner Vorstellungskraft, wieso man das Doppelte an, 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 an Preis für den, für etwas zahlt, was eigentlich nur einen Silberwert hat. Weiß ich nicht. Aber ist offenbar so, ja. Ja, heutzutage ist ja sowieso alles Mögliche ziemlich verrückt und deswegen passt das wahrscheinlich auch ganz gut da rein. Irgendjemand würde sich bestimmt jetzt wieder extrem darüber aufregen, dass ich gesagt habe, dass diese Barren keine sonderlich gute Kaufentscheidung sind. Aber wisst ihr was, ist mir relativ egal, muss ich sagen. Ja, habe ja dazu neulich schon mal was gesagt. Und dementsprechend denke ich mal, es ist schon in Ordnung. Gut, abgesehen davon hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das heutige Video gefallen hat. Alles Mögliche, was ihr sonst noch so anfragen und so weiter habt, könnt ihr wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Das beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Abgesehen davon natürlich auch sehr gerne das Video bewerten, das würde mich sehr freuen. Und natürlich auch super gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.